Moin, hallo und willkommen zurück zu das Mäntel. Ich guck mal grad nach, ob wir hier schon ernten können wir noch nicht, ne? Ne, noch nicht. Können wir denn drüben die anderen ernten? Müssten wir eigentlich schon. Bin mir jetzt nicht sicher. Äh, die sind alle schon wieder lila. Da müssten wir eigentlich mal zurückporten. Verbindungsturm ist da oben. Dann zappen wir da mal zurück und gucken da mal nach. Im Grunde sind wir jetzt nur hier unterwegs für die... Oh, der hat gleich liegen. Äh, sind wir unterwegs für die, ähm... Für die Farben hier, hätte ich beinahe gesagt. Weil wir halt, äh... Ja, im Grunde genommen hier halt die Materialien sammeln, damit wir da mal was in der Arche abgeben können. Ich werd mal gucken, wie viel wir da einsammeln können und dann sehen wir ja, wie viel übrig ist. Oh, oh. Lass mal ignorieren. Und dann wieder zurücklaufen. Bleib liegen. Da fällt mir der Spruch wieder ein, lass liegen, tritt sich fest. Ist schon... Lass mal uralt hier. Okay, schnelle Fortbewegung. Wir wollen... da hin. Nein, da bin ich falsch. Klapp dir nehmen sie auch vorbei. Egal. Bin ich hier richtig? Moment. Ich bin hier genau nicht richtig. Ich muss hier und dann nach rechts lang. Hier muss ich lang. und dann nach links oben und dann kann ich hier nach unten laufen gleich noch. Schauen wir mal. Im Grunde bin ich jetzt nur in der Farmset. Ich weiß es jetzt nur nicht genau. Tschüss. Ähm... Ja genau, hier sind wir richtig. Ob ich das hier fertig kriege oder nicht... Ah, ich kann es schon ernten. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss echt immer E gedrückt halten und dann warten. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn von allem? Weiß ich leider nicht, ne? Ich glaube, wir müssen mal zur Arche zurückgehen und mal nachgucken. Heute, jetzt wo ich das gerade aufnehme, kriegt ihr gleich noch die Episode davor, wo ich angefangen habe mit den Farmen hier zu sehen. Das heißt, wir sind, wie gesagt, erstmal in der Farmsession. Das wird dann ein bisschen länger dauern. Äh, ich gucke mal, ob ich zwischendurch ein bisschen was anderes einstreuen kann. Oh, die gehen noch nicht hier. Okay. Es ist unterschiedlich, äh... Es hat eine unterschiedliche Dauer. Ach, krass. Wie EP kriege ich denn als Farmer eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich habe gleich schon wieder die Level, das aber der guckt mal hier, wie viel EP das gibt. War schon ein bisschen krass, ne? So. Okay. So, also, pflanzen wir wieder ein. Habe ich das hier noch drin? Warte mal, Gepäck. Jo, ist noch drin, ne? Möhren. 63 Möhren haben wir, wir brauchen mehr. Ich glaube, wir machen 200 Möhren, ne, 300 Möhren brauchen wir. Oh, Backe. Das wird doch ewig dauern, das fertig zu kriegen, oder? 300 Möhren? Ich will aber auch nicht das ganze Feld hier vollballern. Okay, wir machen beide Felder voll jetzt. Jetzt habe ich verkackt, jetzt müssen wir beide Felder voll machen. Na gut. Der Rest war nur Tomaten, ne? Ich glaube, ja. Dann werde ich hier noch Möhren dransetzen, die vier extra da. Ich werde am besten nur das wieder einpflanzen, was ich hier eh schon habe. Wobei, wenn ich mehr von dem Blattsalat habe, würde ich natürlich ja auch mehr Blattsalat machen. So, und jetzt machen wir Wechsel. Tomaten, 80 Stück. Wow, okay. Die Tomaten gehen schneller. Ich gehe erstmal überall von 300 aus. Ich hoffe, dass wir nicht so viel brauchen. Ich kann in der Farbe, ich weiß auch gar nicht, ob ich in der Farbe immer größere, ähm, äh, ich immer mit größeren Abgaben machen muss. Dann ist es schwierig, weil dann muss ich erst sammeln. Alles, was übrig lagere ich ein. Das wird dann in die Arche gebracht, direkt. Wenn ich dann das denn abgeben kann, das weiß ich auch noch nicht genau. So, letzte Reihe. Vom ersten Feld. Wir haben jetzt vier Felder. Ist ja Bescheid. Das artet hier ganz schön in Arbeit aus. Oh, wir haben noch 50 Tomaten über. Wow. Okay, Tomaten ist der Vorteil, es kommt ordentlich was bei rum, ne? Also, das ist, glaube ich, auch Glückssache. Wir laden mal ab. So, das Feld ist bestellt. Und jetzt geht's da unten hin. Wir nehmen da noch ein bisschen was mit. Und dann, ich hätte gesagt, wir gucken mal, ob wir vielleicht noch was zu Arche können. Dann können wir dann mal nachschauen, was wir noch brauchen. Und wie viel wir davon brauchen. Wir brauchen eigentlich auch Metall. Das kommt aber erst in der nächsten Stufe. Ich verstehe auch nicht genau. Jetzt Blätter haben wir nicht mehr. Die muss ich erst wieder sammeln. Aber wir hatten halt so viele Blätter da. Bin ich hier richtig? Da ist noch was. Oh, ich kann ihn mit der Ernte, kann ich ihn. Okay. Wo bin ich jetzt hier bin ich richtig? Okay. Ich hätte mich auch dran vorbeischleichen können eigentlich. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Platzsalat ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Nur die Tomaten sind fertig. Okay. Dann nehmen wir die Tomaten mit und pflanzen die wieder neu. Alles andere scheint hier noch nicht fertig zu sein. Da könnte man eigentlich mal noch zur Arche gehen. Ah, da haben wir nicht ganz so viel zu tun. Eventuell die dritte, das dritte Feld. Ich weiß nicht genau, wie das da aussieht. Das heißt, in der nächsten Aufnahme können wir die Felder nochmal abklappern. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Tomaten. Also ich glaube, Tomaten werden ruckizuki fertig. Ja, guck mal, wie viele Tomaten da teilweise rauskommen. Alter Schwede. Wie viele Tomaten haben wir? 136. Uff. Okay. Wir pflanzen hier wieder Tomaten ein. Ich glaube, das sollte bald reichen. Dann also zweimal Tomaten ernten vielleicht noch hier oder so. Ja, ein bisschen mehr vielleicht schon. Aber dann sind wir hier durch, was Tomaten angeht. Die anderen Sachen machen wir Sorgen. Wenn wir die angeln müssen und sammeln in der Wildnis. Das könnte länger dauern. Wir haben noch über 110 Tomaten. Stimmt. Lust, dass wir es noch eingelagert haben. Ach ne, das ist glaube ich gesamtgerechnet, Ich glaube ja. Okay, haben wir wieder eingepflanzt. Dann gehen wir hier hin und dann müssen wir hin. Da unten hin. Okay. Weiter geht's. Und laufen, und laufen, und laufen. Oh oh. Jetzt ist aber Schluss hier. Schluss ist hier. Kann ich das kaputt machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich oben drumrum rumlaufen wieder. So, abladen. Feld Nummer drei. Da. Und dann gehen wir gleich noch als nächstes zur Arche, würde ich sagen. Oder Feld Nummer vier, ne Feld Nummer vier habe ich ja schon geguckt. Da war noch nicht großartig was. Also gleich zur Arche. Hier gibt es Tomaten. Also Tomaten lässt sich echt schnell ernten, habe ich das Gefühl hier. Alles andere wächst nicht so schnell. Was gut ist aber, wenn die Tomaten weg sind, haben wir dann schon mal einen Feld weniger. Ach, guck mal hier. Siehst du? Guck mal. Noch gerade weggeerntet. Die sind gerade der Reihe nach fertig geworden. Dann hauen wir hier direkt wieder Tomaten raus. 169 Tomaten. Was kann ich sehen lassen? So, ja, dann gehen wir gleich zur Arche, gucken mal, damit ich schon mal weiß, was wir noch sammeln müssen. Was ich eh wieder vergessen werde. Aber egal. Haben wir auch wieder ein bisschen was anderes gemacht. So. Da noch zwei Tomaten, dann sind wir fertig. Ich könnte natürlich im Feld Nummer 4 noch mehr einpflanzen. Das wäre noch eine Alternative vielleicht. Vielleicht soll ich das erst noch tun. Wollte ich das Zeug einlagern, damit ich halt noch mehr pflanzen kann. Gucken wir mal. Und jetzt müssen wir da und dann da wieder hochlaufen, ne? Ist ja auch blöd. Ne, komm, wir gehen zur Äh, wo müssen wir da? Frohre, ne? Ich glaube ja. Ist egal, dann gehen wir da hoch. Passt schon. Zur Frohre Basis. Tag 41. Wir sind schon ein bisschen unterwegs, ne? So, tief unter der Erde. Zwei auf Lager. Null. Hier, 270 brauchen wir. Okay, nice. 180 haben wir schon mal depositet. 40 Samples deposited. 60 Samples deposited. Ach, mehr geht nicht. Jetzt will er 40 haben. Okay. Das wird eine Weile dauern. Hier, guck mal, da haben wir noch Barren. Scrap. Das können wir einlagern. Das können wir einlagern. Das ist kein Problem. 50 Baus könnten wir sogar auch einlagern. Den Rest kann ich leider nicht sehen. Wir müssen erst das hier schaffen, um da hinzukommen. Das ist blöde. Und hier? Ach, geht nur im 20er Schritt, siehste. 10 Samples deposited. 30 Samples deposited. 70 Samples deposited. 40 Samples deposited. 40 Samples deposited. 60 Samples deposited. Okay, da brauchen wir nur noch 40, also wir müssen im Grunde alles sammeln. 10 Samples deposited. 20 Samples deposited. Es muss ein 20er Schritt sein. Ey, das ist voll bescheuert gemacht. 40 Samples deposited. Was haben wir hier? Guck mal, das hätten wir auch auf Lager. Das könnte man locker einlagern. Okay, Blätter nicht mehr. 1800, das ist weg. Die Sachen sind ein bisschen schwieriger. Also im Grunde genommen von allem einfach noch sammeln. Ist einfach zu viel. Von den Pilzen nur 30. Von den Eiern noch 80. 80 Albers noch sammeln. Holy Moly, Alter. Das ist ein bisschen. Das wird noch eine Weile dauern, habe ich die Befürchtung. Ich hätte gesagt, wir machen die Arche fertig. Wenn wir die Arche fertig haben, dann können wir da unten zur Pyramide gehen. Zumindest würde ich da mal runtergehen. Ich bin jetzt gerade am Willen. Guck mal, hier haben wir noch was gebaut. Wir sind hier. Wie komme ich da jetzt hin? Ist hier irgendwo ein Weg, wo ich schnell hinkomme? Nee, ne? Doch da. Ich muss hier zu dem eingefrorenen Verbindungsturm. Dann gehen wir darüber. Dann gehen wir mal drüben hin. Gucken da nochmal. Da läuft doch noch einer. Ich habe das genau gehört. Und der da. Oh, jetzt ist es ganz schön kalt. Warte mal, wir müssen gerade Knoten wechseln. Nein, das ist falsch. Okay. Jetzt geht es. Wir müssen, wir müssen einmal hier rum, dann da runter. Mist. Okay. Jetzt aber Ruhe hier. So, ich gucke mal, was wir hier noch produziert haben. Wir hatten nämlich nur noch was produziert. Leider ganz schön zugewissen hier. Mann, Mann, Mann. Ich bin schon wieder reckless hier unterwegs. So, wir sind wieder da. Ist hier nichts fertig? Haben wir hier noch irgendwas in Auftrag gegeben? Ich dachte, wir hätten noch was in Auftrag gegeben. Hm, nicht wirklich, ne? Okay. Ich dachte, wir hätten hier noch was in Auftrag gegeben, weil hier noch so viel ist. Aber anscheinend haben wir das nicht gemacht. Okay, gucken wir mal. Haben wir auf die Schnee irgendwas in der Nähe? Guck mal gerade. Da haben wir noch nicht zugehört. Gebäudebucht war eine Quest. Ist hier irgendwo... Hm. Wo zum Geier war... Eine Bunker-Challenge. Hier. Das heißt, wir müssen da zum Kraftwerk zurück. Dann hätte ich gesagt, gucken wir uns den mal an. Den Schutzraum vielleicht noch. Wenn wir das schaffen. Eine Viertelstunde haben wir ja noch. Gucken wir mal. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. So, wieder zurück. Schnelle Fortbewegung. Und zwar... Bunker-Challenge war da unten. Naja. Da wieder zurück. Und jetzt müssen wir... Wir können nach unten lang gehen, ne? Wir können hier lang gehen. Zur Bunker-Challenge. Hier war der? Oder wo war der? Ne, hier war der nicht. Wo war denn der? Au, da hat er mir noch einen mitgegeben. Und da war ich zu langsam. Wo ist denn unser Bunker? Das richtig. Aber übrigens noch Klamotten. Aber wechseln sehe ich gerade. Das ist nämlich wieder warm. Wobei... Warte mal. Schadenablocken. Schadensreflexion. Kann ich das vielleicht anziehen? Warte mal. Oh, volle Panzerung. Volle Schadensreflexion. Geht das oder ist das zu warm? Okay, gucken wir mal. Ja, doch, darüber. Okay, es ist zu heiß hier. Es geht nicht. Ich hätte gehofft, dass es geht. Aber es geht leider nicht. Gegner hat sich heute geschrumpft. Safari-Helm. Gucken wir mal, ob es geht. Das geht. Lassen wir die Schadensreflexion drinnen. Hier kommen die hin. Von wo? Von da und von da, oder was? Das ist ein bisschen ungünstig. Wie mache ich denn das dann? Bauen. Habe ich nicht drinnen. Okay, warte mal. Bauen. Okay. Vier haben wir, ne? Können wir das auf die andere Seite setzen? So. Okay, gucken wir mal. Hier lang. Die kommen gleich von beiden Seiten. Geht mal stark davon aus. Versucht das ein bisschen so zu machen. Ähm. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, ich muss den hier nehmen, ne? Weil der stärker ist. Okay, los geht's. Alter. Okay. Okay. Zweite Welle im Anmarsch, okay. Laden? Müssen wir erstmal nicht, okay. Ich hab leider auch nichts mehr. Ich hab jetzt alles verbraten, intelligenterweise. Alles verbraucht? Ich hab alles verbraucht. Okay, jetzt ist das Ende. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir es hinkriegen. Ich muss darauf achten, wie die Balle annähert. Nachladen. Nein! Puh, das war knapp. Ich kann in Schussräume treten, okay. Das war knapp. Okay. Äh... Schiech. Das war... Wir brauchen auf jeden Fall noch ein fünftes Geschütz oder ein sechstes noch, dann später. Okay, wir gehen mal runter. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ab in den Schussraum. Okay. Erstmal abladen. Ah, ich seh schon. Okay. Müssen wir ein bisschen... ...andere Sachen machen hier. Kann man das Essen überhaupt noch essen hier, wenn du das hier rausholst? Das Zeug kannst du nicht mehr essen hier. Ich nehme mal den hier, glaube ich. Wir müssen mal... Wir nehmen hier alles auseinander, würde ich sagen. Ich nehme alles mit. Wir müssen eh noch Material sammeln. Verschall überhaupt in die Lüftung ist im Eimer hier. Was soll das überhaupt sein, die Bude hier? Die Toilette ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Eimer sich zu geben hier. Oh, und das Rezept? Burrito. Nice. Okay. Wir nehmen alles auseinander. Merkwürdige Brüder hier. So. Ich nehme wie immer alles auseinander. Aber wir müssen ja noch sammeln. So, lassen wir alles mit hier. Kann ich das hier oben auch kaputt machen? Ja, kann ich. Ich nehme alles mit. Wir brauchen so viel Material nachher. Auch wenn wir später nicht mehr da sein werden, haben wir dann trotzdem alles in die Arche geschmissen. Für den, der nach uns kommt vielleicht. Wenn da noch einer ist, ich weiß ja nicht genau. Warte mal hier, das können wir auch noch mitnehmen? Ne, da komme ich nicht dran, weil das ist zu niedrig. Okay. So, nochmal abladen. Es ist also gut, dass wir alles kaputt machen hier. Das wäre krass, wenn du hier den hier kaputt machst. Das fasst da und dann explodiert hier alles. So, okay. Wir nehmen alles mit. Weil ich das Zeug hier nicht unbedingt mitnehmen würde in der Dunstwolke. Das wäre nicht so nice, glaube ich, ne? So. Jetzt wird es bestimmt ein bisschen ruhiger, aber das Klopfen ist doch ziemlich laut. Da hört man mich nämlich nicht so gut manchmal dann. Dann bin ich in dem Moment gerade lieber ein bisschen ruhiger. Ich frage lieber nicht, was das für Duschen waren hier. Wenn ich mir angucke, was hier so rumdünstet. So. Okay, hier ist alles weg, ne? Die Generatoren kann ich noch nicht kaputt machen. Dafür habe ich nicht genug Power. Ich hätte gerne mehr Power hier, muss ich zugeben. Nee, den geht nicht. Den brauchst du 85. Das habe ich nicht. Okay, es hat sich immerhin gelohnt wegen dem Shard hier, muss ich zugeben. Das kann man gar nicht mitnehmen. Okay, dann sind wir gleich wieder raus hier. Das ist eigentlich so der geile Bunker hier, muss ich zugeben. Hier ist ehrlich gesagt mehr dürftig, hätte ich beinahe gesagt. Das war ja noch der Anfangsbunker, hätte ich beinahe gesagt hier. So, dann raus ist der gute Stube. Ja, aber das ist auch schon wieder geschafft, ne? Ist ja voll ätzendaut in der Bunker. Okay. Der Dschungel-Outfit an. Hier noch mitnehmen. Hier brauchen wir eh noch Material. So. Okay, dann haben wir das auch gleich weg. Einen Schott brauchen wir später nämlich noch und dann müssen wir noch einschmelzen. Ich richte noch die Befürchtung, wir müssen später definitiv noch in die Stadt und müssen die ganze Stadt noch zerlegen, weil wir das alles einlagern müssen. Eine ganze Stadt eingelagert. Uns fehlt ein Salat. Da können wir tatsächlich Burritos machen, okay. So, das ist noch weg. Das geht nicht. So, das auch noch. Okay, hier noch. Jo. Das ist jetzt lang zum Kriminell. Ich glaube, ich muss da nochmal runter, ne? Weil ich keinen Lagerplatz habe hier. Kann ich nicht mitnehmen? Kann ich nicht mitnehmen. Okay, wir klettern nochmal kurz nach unten. Das machen wir noch kaputt. Ich muss auf jeden Fall noch mehr Metall sammeln, beziehungsweise schmelzen. Weil wir dann, ähm... Dann können wir noch, äh, noch ein Geschütz bauen nachher. Ich glaube, das wird nachher auch noch wichtig. So, alles weg. Dann klettern wir wieder raus. Sammeln das Zeug noch ein. Sieht ja echt nackig aus, hier, der Bunker. Nackiger Bunker hier. Oh, wer soll ich denn der hier rum? Wird der kaputt gekloppt? Weiß ich gar nicht. Da ist noch ein Nest. Ich versuche gerade noch nebenbei ein bisschen was mitzunehmen, weil Eier brauchen wir verdammt viele. Der hat sogar ein Ei auf einem Reifen gebastelt. Auch nicht schlecht. Beziehungsweise ein Nest. Hier war irgendwo auch noch was zum Sammeln, glaube ich, ne? Mist. Ne, ist egal. Wir langern das hier noch ein. Und dann schaue ich mal gerade, wo ich noch hingehen könnte. Ich glaube, wir müssen wieder zum Kraftwerk zurück. Wenn ich auch da abladen könnte. Ist egal. Dann haben wir das auch wieder geschafft. Bin nämlich gerade wieder ein bisschen am... Am zügigen Durchaufnehmen. So, okay. Dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir die Challenge auch geschafft. Noch eine Bunker-Challenge erledigt. Und jetzt müssen wir... Wo müssen wir denn lang? Hier lang? Da hoch irgendwo? Ich weiß nicht mehr genau. Hier. Da sind wir schon. Alles klar. Na, wir sind wieder geschafft. Dann setzen wir uns hier erstmal hin. Und ja, das soll es uns gewesen sein. Ich hoffe, euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Das war ziemlich... Ziemlich viel. Ziemlich kurzer Zeit. Lief ganz gut. Schauen wir mal. Nächster Episode geht es hier weiter mit Farming. Ja, wir müssen mal gucken. Ich hoffe, die anderen Sachen sind dann auch fertig. Dass wir langsam weiterkommen. Und ja, dann schauen wir mal. Was wir dann noch zu haben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.